Hallo Freunde der gepuderten Haut, hier ist Eimen Staudt mit einem Photoshop Tutorial und zwar zum Thema Hautpudern. Wir sind in unserer Playlist über die FQ-Maschinen. Also eine Reihe von Aktionen, die sich alle damit beschäftigen, mittels einer Frequenztrennung ein Bild zu schärfen. Also eigentlich ist das Oberthema Hochpassschärfen, aber Hochpassschärfen ohne Rauschen zu erzeugen und ohne Halles zu erzeugen. Und zwar immer genau angepasst auf die Funktionen, die wir ausführen wollen. Wir hatten am Anfang, und das ist jetzt das erste Video, was ihr alle gesehen haben müsst, sonst versteht ihr den Rest sowieso nicht. Diese scharpen Normal, die ist quasi für alle möglichen Situationen. Dort können wir eine Hochpassschärfung machen ohne Halus und können die an mindestens drei Stellschrauben einstellen, wie wir das genau brauchen. Manchmal ist es aber auch so, dass Bilder anfangen zu rauschen und viele Kanten haben, die wir aber schärfen wollen. Dann nehmen wir eine Kantenmaske dazu. Das war das Video Nummer zwei. Und heute kommen wir zum Hautpudern. Das Hautpudern ist auch eine Frequenztrennung, deswegen habe ich das hier mit reingenommen. Die ist aber anders als alle anderen. Hier machen wir nämlich eine Frequenztrennung auf einer einzigen Ebene. Und das will ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Okay, ich lasse die jetzt erstmal ablaufen, aber dafür brauchen wir natürlich wieder kein fertiges Bild mit einem Look und so, sondern wir brauchen ein Bild, wo nur retuschiert wurde und wir quasi in unserem Workflow anfangen würden, unser Bild zu schärfen. Das heißt, wir haben hier einen Hintergrund bereinigt, wir haben hier eine normale Frequenztrennung und eine Rotusche und hier ist das Hautpudern. Und alles, was über dem Hautpudern ist, das verschwindet jetzt und wir fassen das Dokument auf eine Ebene zusammen und ich lasse jetzt einfach mal die Aktion ablaufen. Nur, damit ihr mal seht, wie die Ebenen aussehen, damit ihr das im Hinterkopf habt, wenn wir das gleich händisch aufbauen. So, wir haben hier zwei Ebenen, wie gehabt, aber beide sind grau. Das sieht der Profi sofort, aha, Hochpassfilter. Ja, wir haben hier zwei Hochpass-Ebenen. Ich mache mal die obere aus und diese untere. Das ist die, auf der die Frequenztrennung passiert. Die obere hat mit der Frequenztrennung gar nichts zu tun. Das ist nochmal eine zusätzliche Schärfenebene. So, das Hautpudern, muss ich gleich dazu sagen, das ist jetzt keine Schärfenmethode für alles, sondern das ist eine Schärfenmethode nur für Flächen. Und alles, was strukturiert ist, also zum Beispiel die Augen, kann man damit wunderbar schärfen, Lippen, man kann die Haut damit schärfen und gleichzeitig weichzeichnen. Das ist eben der ganze Witz an der Sache. Dann können wir Handtücher, Jacken, Stoffe, alles, was irgendwie Texturen hat, aber Haare nicht und auch eigentlich Kanten nicht so unbedingt. Das könnt ihr ausprobieren für euch selber und das entscheiden, aber ich benutze das nur für Flächen. Und zwar immer dann, wenn ich wirklich feine Details herausholen will. So, jetzt bauen wir das Ganze mal händisch auf. Wir brauchen wie immer zwei Ebenen, also zwei Kopien unserer Ebenen, wobei die oberste, die heißt einfach Details, die blenden wir erstmal aus, die brauchen wir noch nicht. Dann nehmen wir die zweite Ebene und die nennen wir Pudern. Wenn wir jetzt diese Ebene invertieren und darauf einen Schärfefilter anwenden, wie den Hochpass zum Beispiel, dann wird das Bild unschärfer. Und wenn wir einen Gauschen-Weichzeichner zum Beispiel oder Matter machen oder irgendeinen Weichzeichnungsfilter anwenden, dann wird das Bild schärfer. Das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Und wenn man da länger darüber nachdenkt, dann merkt man plötzlich manchmal, Weichzeichnen und Scharfzeichnen, das ist eigentlich dasselbe. Nur einmal invertiert und einmal positiv. So, wir machen da auf jeden Fall jetzt erstmal ein Smart-Objekt draus, weil es ganz wichtig ist bei dieser Technik, die Filter anzupassen, weil das bei jedem Bild wirklich anders ist. Und es ist relativ schwierig, auch Mittelwerte zu finden, wenn man eine Aktion aufzeichnet. Als erstes werden wir jetzt dieses Bild erstmal weichzeichnen und zwar mit einem Scharfzeichnungsfilter, dem Hochpassfilter. Und da könnt ihr irgendeinen Mittelwert zwischen 6 und 8 nehmen. Ich nehme jetzt mal 8, weil ich weiß, dass es bei diesem Bild besser aussieht, weil das kenne ich schon. Dann brauchen wir erstmal einen kontrastverstärkenden Modus. Das ist ja immer dasselbe. Immer wenn wir eine Hochpass-Ebene haben, also eine graue Ebene haben, brauchen wir irgendeinen Modus, der uns das Grau ausblendet. Und das sind eben die in dieser Gruppe hier. Normalerweise würden wir vielleicht lineares Licht nehmen oder sowas, aber hier in diesem Fall nehmen wir strahlendes Licht. Und jetzt seht ihr gleich, was passiert ist. Ich gehe hier mal in 100% rein. Wir haben nämlich jetzt hier das Bild weichgezeichnet. Und der ganze Sinn davon ist, dass wir ja in der unteren Ebene von der Frequenzsinnung immer eine Weichzeichnung haben. Oder sagen wir mal so, unsere Farben quasi gespeichert sind, aber in einer weichgezeichneten Form. Also normalerweise wäre es der gausche Weichzeichner und der erzeugt uns dann so eine Fläche. Ihr seht aber auch gleich, dass das ein bisschen seltsam aussieht, dass wir hier überall solche Linien haben. Und diese Linien kümmern wir uns später. Uns interessieren erstmal nur diese Flächen hier. Und die sind jetzt weichgezeichnet. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal, aber mit dem gauschen Weichzeichner, um jetzt die Schärfe wieder zurückzuholen. Jetzt nehmen wir hier den gauschen Weichzeichner. Wenn ich jetzt hier einen Wert auch von 8 nehmen würde, dann würden wir ungefähr beim Original landen. Wenn man das jetzt aber mit der unteren Ebene vergleichen würde, merkt man, dass das ist nicht das Original. Das ist also keine wirklich korrekte Frequenztrennung, wo wir nach der Trennung quasi wieder das Original haben. Deswegen könnte man das auch nicht für eine Retusche verwenden. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die Hälfte von dem, was wir im Hochpassfilter genommen haben. Und jetzt haben wir im Grunde wieder ein Bild, das irgendwie weichgezeichnet ist. Guckt mal, wie ordentlich das jetzt aussieht. Und das gleichzeitig aber auch ein bisschen scharf gezeichnet ist, sodass wir nicht alle Details verloren haben. Aber es sieht so aus, als wäre das Bild verwackelt. Oder? Findet ihr nicht? Das sieht irgendwie verwackelt aus. Irgendwie komisch sieht das aus. Und das hat eben damit zu tun, dass diese Technik hier mit den Linien nicht so gut umgehen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier so leichte Verschiebungen in den Kanten. Und die werden wir jetzt ausblenden, indem wir hier einfach auf der Ebene in einen Lernbereich einen Doppelklick machen, um eben die Ebenenstile reinzukommen. Halten die Alt-Taste gedrückt und teilen jetzt bei der oberen Ebene den hellen so ungefähr auf drei Viertel und teilen den dunklen ungefähr auf drei Viertel. Und dadurch haben wir jetzt den größten Teil dieser doppelten Kanten ausgeblendet. Machen wir mal vorher. Nachher. Also ihr seht schon, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube eigentlich legen kann. Das ist eben das Problem beim Hautpudern, weil das ist echt ziemlich subtil. Aber das Ganze sieht jetzt irgendwie geordneter aus. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr so viele Flecken in der Haut. Gleichzeitig haben wir aber auch noch eine Schärfe. Die Schärfe ist jetzt aber nicht ausreichend, weil wie gesagt, umso näher ich mit dem Gauschenweichzeichner von seinem Wert her an den Hochpass herankomme, umso originaler wird das Bild wieder. Das heißt, dass man hier nicht die Möglichkeit hat, den Gauschenweichzeichner so hoch zu machen, dass das Bild schärfer, also viel schärfer wird dadurch. Sondern umso höher ich jetzt diesen Gauschenweichzeichner mache im Vergleich zum Hochpassfilter, umso originaler wird das Bild wieder. Das heißt, ich habe eigentlich gar nichts erreicht und dann könnte ich mir den ganzen Mist auch sparen. Deswegen habe ich gesagt, okay, Hochpass 8, Gauschenweichzeichner die Hälfte, nehme ich auf 4. So ungefähr ist das Verhältnis. Deswegen brauchen wir jetzt noch eine zweite Ebene, mit der wir jetzt einfach eine ganz normale Schärfung machen. Und zwar nehmen wir jetzt wieder als erstes, weil wir ja hier einen Hochpassfilter drauf machen werden, nehmen wir als erstes wieder den Kontrast, um die Halos zu minimieren. Außerdem haben wir das jetzt in der ganzen FQ-Machine so gemacht. Das heißt, wir haben immer diese Kontrastebene und die machen wir jetzt da auch wieder rein. Wo ist sie hier? Stellen die auf alte Version und minus 50. Und hauen da jetzt den Hochpassfilter drauf. Mit so einem Wert von, ich würde sagen, allerhöchstens 3. Ist natürlich eure Entscheidung. Ich nehme da nie einen höheren Wert als 3. Der ist schon relativ extrem, weil wir haben ja jetzt hier schon eine Menge Schärfung da drin. Jetzt brauchen wir aber auch wieder einen kontrastversteckenden Moody, damit es grau ausgeblendet wird. Normalerweise würden wir jetzt lineares Licht nehmen. Das wäre jetzt aber ein bisschen übertrieben. Das seht ihr, oder? Dass das übertrieben ist. Das ist ein bisschen too much. Wir nehmen ja den schwächsten Modus, das weiche Licht. Weil es geht ja wirklich hier um feinste Details und ganz subtile Sachen. Wunderbar. Jetzt habe ich nur eine Sache nicht gemacht. Ich habe da nämlich kein Smart-Objekt draus gemacht. Okay, also gehe ich mal jetzt einfach ein paar Schritte zurück. Jetzt sind wir wieder bei der Original-Ebene. Da machen wir ein Smart-Objekt draus. Ist ja nicht so, als würde das nicht jedem mal passieren, sowas, oder? Dann machen wir wieder hier Korrekturen. Heiligkeit, Kontrast, Alterwert, minus 50. Hochpassfilter mit einem Wert von 3. Und das Ganze in weiches Licht. So, jetzt habe ich es gleich doppelt gemacht. Ist ja immer gut, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es funktioniert. Das ist eigentlich die, die, wollte ich sagen, das Hautpudern. So, jetzt ist es aber oft so, dass das einfach nicht scharf genug ist. Deswegen können wir hier noch einen Filter draufhauen. Und zwar nehmen wir dann hier diesmal tatsächlich einen richtigen Scharfzeichnungsfilter. Wo sind denn die eigentlich Scharfzeichnungsfilter? Und scharf maskieren. Und zwar mit einem unverschämt hohen Radius von 120 und die Stärke ist so bei 100. Könnt ihr natürlich immer von Bild zu Bild einstellen. Und das funktioniert tatsächlich auch bei diesem Bild, aber nur aus einem einzigen Grunde. Wir haben hier nämlich ein ganz softes Licht. Das heißt, wir haben hier nicht viele kleine Glanzstellen in den Poren oder vor allen Dingen auf den Augenbrauen und so. Und deswegen geht das. Wenn ihr aber normalerweise das unscharf maskieren verwendet, dann werden hier die Lichter viel zu extrem geschärft. Das heißt, wenn ich eine Aktion aufnehme, dann ist das eine Option, die ich mir offen halte, die ich aber in der Regel nicht verwende. Aber bei so einem Bild kann man das machen. Dann wird das Ganze auch schärfer. Muss man halt denken, macht man es oder nicht. So, wenn ihr jetzt ganz normale Bilder habt, wo ihr eben diese Glanzstellen auf den Poren habt und sowas und den unscharf maskieren Filter nicht verwenden könnt, dann könnt ihr einfach eine ganz normale Radationskurve verwenden. Die setzen wir hier in Schnittmaske, damit die nur auf die Detail... Schnittmaske? Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter, was geht denn hier ab? Jetzt habe ich die Detailebene dupliziert. Wie habe ich denn das geschafft? Also nochmal hier. Die Kurve kommt in Schnittmaske zur Detailebene und ganz wichtig ist, das haben wir ja schon gelernt. Wenn wir auf einer Hochpassebene eine Kurve anwenden, dann müssen wir die Grautöne fixieren und zwar genau bei 128, 128. Die Grautöne dürfen wir auf keinen Fall verändern. Wir können aber jetzt alles, was daneben liegt, können wir quasi verändern. Also wir können zum Beispiel jetzt alles, was dunkel ist, dunkler machen und dadurch auch die Schärfung verstärken. Das heißt, wir machen jetzt das, was auf der Hochpassebene dunkel ist, noch dunkler und dann wird es schärfer. Das sind wirklich bei dieser Technik feine Details. Ihr müsst das selber ausprobieren und irgendwie ziemlich groß den Zoom machen und dann seht ihr den Unterschied. Und wir können sogar bei diesem Bild die Lichter heller machen, weil wir haben hier nämlich gar nicht eben diese Glanzlichter, nicht? Normalerweise würde ich aber sagen, okay, die Lichter sind mir zu hell, also flache ich die ab. Das ist ja jetzt, wie man mit dieser Gradationskurve umgeht, das habe ich ja auch im ersten Video schon gezeigt. Bei diesem Bild ist es tatsächlich möglich, hier so eine extreme Einstellung zu nehmen, einfach weil das so fotografiert ist. Normalerweise wäre das nicht so, da würdet ihr sehr wahrscheinlich eher die Lichter ein bisschen abflachen. So, wie gesagt, wenn das Unschärfmaskieren nicht funktioniert, dann nehmt ihr einfach so eine Kurve und stellt die Kontraste der Hochpassebene halt eben anders ein, sodass die Schärfung dann auch anders ist. Das Ganze packen wir in eine Gruppe, machen da eine Maske dran und invertieren die. So, und dann nimmst du einfach einen Pinsel, ich würde jetzt mal mit 100% anfangen, 100% weißer Pinsel, dann würde ich jetzt erstmal die Pupillen schärfen, äh, nicht Pupillen, hier die Iris schärfen. Oder ein bisschen die Wimpern, oder ein bisschen die Lippen, also das ist schon, ich habe das jetzt ziemlich extrem eingestellt, das würde ich normalerweise so nicht machen. Dann gehe ich mal auf 50% und dann würde ich jetzt hier, sind wir überhaupt auf, ja, ich wollte gucken, ob der Zoom stimmt, ja, und machen hier die Stirn ein bisschen, dann hier ein bisschen und da ein bisschen und so weiter und so fort. Hier ist solche trockene Haut, wenn ich das jetzt hier mache, dann hole ich die trockene Haut raus. Das heißt, ich würde hier normalerweise eine zweite, ein zweites Hautpudern machen. Das bedeutet, dass ich jetzt erstmal hier Puder, 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 diese Gruppe hier zusammenfasse in eine Ebene, eine Maske drauf anwende, die umbenenne und dann das Ganze nochmal ablaufen. Das ist diesmal aber mit einer höheren Weichzeichnung hier im Hochpass, also mit 12 zum Beispiel oder so. Und dann würde ich hier nochmal über solche Stellen rüber gehen, das heißt, wenn man jetzt so verschiedene Stellen im Gesicht hat, wo das nicht immer mit einer Einstellung funktioniert, dann kann man es auch zwei- oder dreimal machen. Es kommt selten vor, kann man aber machen, okay? So, das ist eigentlich das ganze Geheimnis von dieser Geschichte. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben eine Kopie unserer Original-Ebene, die haben wir invertiert. Das ist ganz wichtig. Ich mache dann nochmal einen Doppelklick drauf. Das ist eine invertierte Ebene. Das ist eigentlich der ganze Witz an der Sache. Dann ein Hochpassfilter drauf mit, sagen wir mal, Mittelwert von 6 oder 8, der das Ganze weichzeichnet, weil das eine invertierte Ebene ist. Dann den Gaussian-Weichzeichner drauf, um das wieder scharf zu zeichnen. Das ist unsere Frequenztrennung. Das Ganze im Modus strahlendes Licht, während die obere Ebene im Modus weichem Licht ist. Und dort könnt ihr im Grunde schärfen, wie ihr wollt. Das ist jetzt aber einfach eine Hochpass-Ebene, deswegen auch weiches Licht. Helligkeit und Kontrast, um das Ganze nochmal abzuschwächen und eventuell Halos irgendwie zu vermeiden. Und scharf maskieren optional und diese Gradationskurve optional. Das Ganze mit einer Maske immer abgedeckt. Das ist ganz klar, dass man das niemals über das ganze Bild machen darf. Das sieht immer kacke aus. Und dann mit einem Pinsel einfach dort einmalen, wo man das haben will. Und das ist aber auch nur ein Teil eures Workflows. Weil man kann nicht ein Bild entschärfen mit dem Hautpudern, sondern da würde dann jetzt nochmal eine andere Schärfung eventuell drüber kommen. Zum Beispiel ein automatisches Touch & Burn oder so. So, ich gehe jetzt hier nochmal auf F12. Dann gucken wir uns nochmal an, wie das Bild im Original aussah. Und ich war völlig schockiert. Ich hätte gedacht, das ist ein Bild von 2003 oder so. Dann habe ich hier oben aufs Datum geguckt. 2017, das ist drei Jahre her. Guckt euch mal diese Ebenen an. So würde ich heute nicht mehr arbeiten. Wirklich nicht. Ich würde das vielleicht mit der Hälfte der Ebenen schaffen oder so. Aber mein Workflow hat sich so dermaßen verändert in den letzten drei Jahren, dass ich das echt nicht glauben konnte. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Ihr habt bestimmt einige Fragen dazu. Dann bitte in die Kommentare und ich freue mich auf das nächste Video. Dann euer Armin Staut.